Wenn dieses Kaka von der Brücke springt, springst du denn auch von der Brücke? Ja. Schön. Hauptsache wir sind alle einverstanden, so meine Herren, mir nach. Wenn du das literally als Combat befehlst, müssen wir das machen, also. Schneller. Aber irgendwie alle zu langsam hier. Meine Herren, heute spielen wir Artigard. Und rechts, nach rechts, nach rechts. Uff, war einer von der Kanone mitgenommen hier. So, folgt mir mal, folgt mir mal. Hoffentlich, verlieren wir keine Muni, aber es müsste alles passen. Grund ist gleich. So, Flagler bleibt mal unten. Der Rest links staffeln. Und leichte Formationen links von mir halten. Auf 12 Uhr haben wir gleich gegnerische Leichte. Ihr seht sie da auf 12 Uhr. Ja, Kraft ist rechts, aber wir haben das Fußbett also. Auf 12 Uhr durch den Büschen und den Bäumen sind sie. Denkt an die Abstände, denkt an das Spacing und die Formation. Gut, dass du Büsche gesagt hast. Ich habe fast die freundliche Linie geschossen. Das dachte ich mir nämlich. Genau aus diesem Grund habe ich gewarnt. Melgrim, falsch gemacht. Ja, Hartmann, du kannst gleich eine Muskete aufheben. Sorry, Melgrim, wir positionieren uns gleich um. Freies Verhalten. Freies Verhalten. Das kann mit halb rechts Marsch. Hartmann, du darfst gerne schießen oder so, wenn du willst. Hinterm Busch rechts ist die Leichte. Ansonsten auf 12 Uhr. Ja, ich will ja das Melgrim, so ein Nachspond. Da haben wir es. So, auf 12 Uhr ist das das... Oh, ist das 90 Second. So, Spacing, Spacing. Jetzt ist es wichtig. Genau. Oh. Nur eine Fleischhunde. Weitermachen. Herzschutz. Nur eine Fleischhunde. Nur eine Fleischhunde. Nur eine Fleischhunde. Alter, da sind die verfehlen. Ja, keine Ahnung. Aber die Linie im Flussbett müssen wir anfangen da reinzuschießen. Die sind ja perfekt für die alieniert. Und die kann die Art ja auch. Meine Güte, Leute. Weiter schießen auf den Offizier. Auf den Offizier. Auf den Offizier. Oder auf die, die vorne sind. Oder auf dem Flagger halt. Alter, okay. Und zurückfallen. Zurückfallen. Rechts Staffeln vom Offizier. Und rechts vom Offizier. Halten. Rechtsumpreisfeier. Jetzt chargen die. Also, bitte renn nicht zu uns. Kommt rein schießen. Zieht auf den Flagger am besten. Bitte gewinnt den Charge. Ich will jetzt sowas noch nicht chargen. Ich fülle gerade auf. Übrigens hat man, dass wir nicht die Whisper Gruppe haben. Wenn möglich. Oh ja. Flagger. Ah fuck. Ich wurde ja beim letzten Mal rausgekickt. Ja. Ja, same. Du auch? Ja, ja, ja. Hat es uns vorbei, oder? Also rausgelegt. Das hängt mehr damit zusammen, dass wir halt kein Event hatten. Okay, freies Verhalten. Okay, die haben die Flagge erobert. Bleibt mal kurz dahinten. Bleibt mal kurz dahinten und nachladen. Ich sah mir schon gerade Burn und Headshot geben. Okay. Ja, Hartmann, kannst eigentlich links von uns stehen bleiben, wenn du da von da aus schießen willst. Das passt eigentlich ganz gut, weil da auch die... Ja, ich bin da am Essen. Ja, okay, okay, okay. Nimm dir Zeit. Beiß schon durch. Dreimal kauen. Ja, weißt du, Alter Mann, ich muss jetzt mal das Gebiss wieder anziehen. Das Gebiss wieder anziehen, mein Gott. Du bist auch ins Glas in der Nacht. Mhm. Und sobald in der dritten Nacht leidet, fahr sie mir nach. Ich sterbe. Oh. Also Hartmann darf sich hinter Kinga verstecken. Links Staffeln. Rechtsformation. Links von mir halten. Freist auf die Linie. Da, wo sie sich stecken... Hurra. Hahaha. Genau vor die Biest geschossen. Nee. Hartmann wieder, ey. Jetzt weiter schießen auf die nächste stehende Linie. Mein Gott, nur daneben geschossen. Oh, los die Fahrt. Nice shot. Ja. Sehr schön am Schluss. So, und jetzt auf die Leiche die ihr jetzt chargt. Okay, meine Schüsse gehen einfach heute prinzipiell daneben. Anschluss, Basti, nice. Ah stimmt, Basti, du wirst immer noch den Offiziers-Gen, also immer schon weiter. So. Rechts von uns schreibt gerade Kavalerie, also falls ihr das Gefühl habt, ihr könnt jetzt einen guten Kavaleristen erwischen, macht das mal. Ja, ich hab's gesehen, hat man... Kein Offizier. Ich war zu greedy, sorry. Nein, nein, ich hab's nur gehört mit Mama, dass du irgendwie einen Ton machst und dachte ich mir so, hm... Oh, fuck. Das ist doch dieser Hartmann-Noise, das... Oh, oh. Schieß auf die Flagge, schieß auf die Flagge. Hartmann, du könntest auch einfach in der Formation bleiben, weil du jetzt eigentlich normaler Ranker bist. Spacing, 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 spacing. Haterouts, 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 Haterouts. Oh, ja, die. Na wohl. Danke für den Korn. Du kannst dich umspawnen mit der Flagge, komm. Okay, es gibt freies Verhalten, es gibt halb reich, sobald nachgeladen wir nach. Oh, wir waren sowas von umfasst. Umfasst ist so ein schöner Begriff. Einige kettelt. Gestalingrad. Umfasst, umfasst und, äh, wir werden von links eingekesselt. So, es kommt, äh, halb reichs Monsch. Oh. Gleiche Information, rechts von mir, äh, halten. Freis war auf den Riesenblock da, die stacken sich gerade schon für uns. Ich schieße da neben, wo ist der Schuss hingegangen? Der sind, mein ganzes Fahrenkreuz war mit Degnern voll und ich schieße daneben. Jo, bei mir auch. Wie, wie geht das? Physics, please. Na wie. Alter, danke an die Randoms, die sich vor uns gestellt haben. Schieß auf den Flagger, der kommt jetzt links da von der Einheit vorbei. Komm mal vorbei. Ja, ich glaub, du kannst da jetzt zu uns kommen, ja. Not gerne Leid, das muss sehr verwirrend sein für Summa 59, weil die sind Freikaus und kämpfen gerade gegen, oder kämpfen gerade gegen ähnlich Gekleideten. Hartmann, nicht zu weit freigen. Hartmann, wo rennst du hin? Irgendwo sicherer. Nein. Was heißt hier sicherer? Da rennt so eine geektorische Linie. Nein, ich wollte mir eine, ich wollte mir eine Muskete aufsammeln. Ich hatte gedacht gehabt, weil dein, weil das 59, also ein Soldat liegt. Hat sie erst 59 geteamkillt? Oh, ein Kill! Eindlich! Nach, es hat nur 30, es hat nur 20 Schüsse gebraucht von 30. Ich bin gerade auf 9 Munitionskugeln runter. Darum habe ich schon Munition aufgehoben. Ich bin noch bei 51. Oh nein, ich wurde erschossen. Insgesamt Freisfeuer halten, halb Freis mir nach. Und es kommt leichte Formationen zwischen dem Baum und mir. Halten halb links, Freisfeuer. So, Flagge ist am Boden. Wieder mal daneben. Melgrim, nice shot. Okay, wie hast du gezielt mit dem Pahnenkreuz? Einfach drauf. Einfach drauf? Okay, Achtung, Kaffreis, Kaffreis. Hartmann, komm zurück! Wieso, Hartmann, wieso? Kommt, rett die Flagge. Hartmann, ich... Alter, ich wüsste, Hartmann, ich... Ich wollte doch nur eine Muskete aufsammeln. Ja, dann wach's doch nicht, wenn gerade eine Linie chargt. Andersrum, ja, aber wenn du dir nehmen solltet, die denn ein... Hartmann, ab jetzt steht diese Flagge für die Schande des Verlustes der Flagge. Das ist ein Daily Reminder. So, 57 gegen 37, easy. Schöner Schuss, schöner Schuss. Jetzt läuft's. Ja, jetzt bitte nur noch so. Ah, da ist eines! Hey, Kringer, du auch. Hey. Oh, oh. So, das kommt... Zurückfallen, zurückfallen, zurückfallen. Nein, Lucifer. Sorry. Es ist zurückfallen. Ja, ich brauchte Munition. Das hast du das letzte Mal gesagt, dass du eine Muskete geholt hast. Wie lief das? So, das kommt der Rest von mir halten. Ich hab eine Muskete. Okay, und zurück ins Schlussbett nachladen, dass ihr in Deckung seid. Und von links werden wir jetzt hoffentlich gechargt. Nevermind. Warum? So, das kommt jetzt noch... Rechts, 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 schießen, rechts, 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 rechts. Anderes, rechts. Andere, rechts. Hartmann. Meine Güte, weiss... Und Charge. so leute denkt immer dran wie die speerspitze der panzerarmee rücken wir gerade als erste vor das ganze nach der brücke rechts und mehr staffel und freiesfeuer sofort ich habe eher das gefühl dass wir wieso und zur deckung und zur deckung stehen wir auch rechts 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 das wäre eher wie flaggen muss respawn oh gott es geht schon los häuserkampf hier sind wir so denkt an die abstände am kart sind drei jawohl erschießt den flagger ansonsten nice nice schoss malgrim ansonsten zieht einfach auf dem flagger weil dann liegt die flagger in der mitte müssen die barbe holen rechts im haus rechts im haus im haus selber zweiter stock ja alter wieder daneben ich glaube er ist wieder raus ich glaube er ist wieder raus alter was macht was man damit über sich achtung von hinten da von rechts wie man es von hinten okay pass auf vor uns charge das nummer 59 erschießt die schon gemacht nicht im hinterkampf verwickeln das nicht in mahlkampf versuchts hier zu erschießen flagger bleibt unter der brücke wenn es sein muss und charge nach links meine güte das nummer 59 schütze ich gerade vom haus habe aber das hat nicht lange gedauert okay zur steinmauer wieder zur steinmauer wieder wir wollen jetzt nicht hier im feuer der gegnerischen linien sein hinter uns hinter uns hinter uns das ist mal so eine waage indikation hey flagger rennt zur brücke rennt zur brücke flagger ist tot oh gott unsere artystellung ist hier hier weggepflückt das ganze vor uns wir müssen gleich schießen leichte formation rechts von mir erhalten preisvoll auf alle kavalisten auto auf die pferde ach ha 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 chưa und charge, mach den einen hier weg er ist lucky nicht so sorry die flagge aufnehmen informationen bilden zurück auf den weg und hier rüber springen über den zaun hinter mir halten nachladen falls nötig achtung lucia mir gefällt dein enthousiasmus aber wir halten warte warte dass man das nachlädt was die linkstaffeln und links von mir halten freist auf die linie und jetzt schießen und dann zurückfallen und nach rechts und nach rechts und nach rechts nutzt das haushaltsdeckungen nach der kunden mal wie weit diese map geht linkstaffeln links von mir halten nachladen rechts um nur so ein bauchgefühl unser team wird gerade richtig weit zurück gepusht wie kommst du denn darauf keine ahnung behind enemy lines oder die sind auf der anderen seite des flusses zum luch ist man auf der anderen seite dieses busches linkstaffeln und das gesamt freist auf die jäger hier bitte macht ihr ein schuss ein kill leute das war kommt 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 weiter 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 und es kommt zurück wollen haben zur scheune erneut unsere scheune ist unser vorteil ihr wisst ja was man sagt scheunenrecht und so das gesamt in den heuhaufen information in heuhaufen hier kommt flagger du musst unten blocken und unten du musst die muskete droppen sonst sieht man nicht es kommt hier alles in den heuhaufen und nachladen kommt hat man vor zeig trolle nicht so sagen und wir müssen dich alle nach unten blocken weil unsere körper durchziehen weiß schon dass unsere pumpen da oben nach unten ziehen nach unten ziehen ja eben deswegen was die du auch muskete droppen habe ich gesagt ja aber dann kommst du die fahne jetzt wieder aufnehmen aufnehmen und blocken das ganze verdeckt bleiben verdeckt bleiben nein versteckt bleiben nach unten nach unten blocken nach unten schlagen man sieht den pümpel durch wer macht es da falsch das ist kluzifer knien knien nach unten nach unten nach unten zielen mit dem schießgewehr oder nach unten schlagen das geht auch wo er kommt flagger pass auf pass auf wartet 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 alter what the fuck von wo kommt der denn das bleibt versteckt nahekampf bleibt im haufen bleibt im haufen wir haben sich gerafft weiter kommt weiter 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 kämpft zusammen unsere feier ist verloren na das ist ein drückensamm jetzt springen sie runter und kommt von hinten jawohl das ist hier richtig kommentor zum urs team können sich ja 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 ja